Deckung Willkommen zurück bei Mass Effect Geil, dass ihr wieder da seid, man Energiekonsole aktivieren Wir haben den Strom eingeschaltet Sie müssen die Konsole finden, um das Reinigungsfeld zu aktivieren, Pathfinder Was der jetzt rechts stand, gerade hat mich so sehr irritiert Da muss ich nochmal umschalten Das geht ja jetzt gerade gar nicht Genau, weiter Stärken und Schwächen ergänzen Ein Reliktgewölbe, bringen wir den Laden zum Laufen Nochmal das Ganze Übrigens auch noch andere Fähigkeiten, fällt mir gerade ein Und zwar können wir die jetzt ja auch mal eben austesten Abgesehen davon, dass wir wieder ein paar Sachen verteilen können So ziehen haben wir ja jetzt ja schon mal getestet War ganz okay So werfen kennen wir auch Sturmangriff kennen wir noch gar nicht So Nova Genau, was ist denn das hier? Auf den Boden schlagen, das ist auch krass Schauen wir mal jetzt hier Nova auf 2 Und Sturmangriff auf 1 Oder was? Genau Schockwelle haben wir auch noch Haben wir auch noch gar nicht getestet Schockwelle, krass, ne? Das sind aber nur beides Detonatoren, ne? Wir können aber auch noch einen belegen Dann müssen wir eigentlich noch theoretisch Auslöschung Erzeugt rasch Flexende Masseneffektfelder Die Gegner in der Nähe langsam Schaden zufügen Das sieht auch gut aus Dann machen wir jetzt erstmal Ja, Auslöschung machen wir erstmal hier auf 1 Genau Rockwelle Haben wir hier Sturmangriff Wollte ich auch noch mal machen Genau Nein Können wir auch später noch mehr ausrüsten eigentlich? Haben wir auch noch nicht hier alles gemacht Singularität Können wir auch noch mal eben Das ist Oh, das ist geil Guck mal, schwarzes Loch Das ist doch fast noch Ist doch Hä? Erzeugt ein Gravitationsschacht Der Gegner ohne Schild und Panzerung In die In den Luft heben Und ihnen Schaden zu Aber ohne Schild und Panzerung Das ist schon scheiße, ne? Guck mal, das ist ja fast wie Werfen Nur im Besser, ne? Habe ich so das Gefühl Was? Jetzt haben wir alle Fähigkeiten, ne? Jetzt können wir die alle ganz lockerflockig Einmal mal durchtesten Da bin ich ja mal gespannt Geil, Rang 2 Wie ist denn hier Rang 2? Wird sich Explosionen Alles klar Okay Wir haben den Strom eingeschaltet Sie müssen die Konsole finden Um das Reinigungsfeld zu aktivieren Draht weiter Hey Mann, okay Was war das jetzt? Was war das jetzt? Scheiße, Mann, scheiße, scheiße Scheiße Fack, 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 fack Hey, guck'n Jetzt haben wir hier so ein Feld, oder was? Hä, was ist das denn? Warte mal Fähigkeiten Auslöschung Okay Erzeugt rasch wechselnde Masseneffektfelder Achso Wie sieht das denn aus? In der Nähe langsam Schaden zufügen Okay Also für Nahkampf Alles, ne? Wenn du auf Nahkampf gehst Ist das schon geil Mit Sturmangriff Und dann noch, äh Schockwelle Nicht, sondern Schlag Hier Wie heißt das hier? Sturmangriff Haben wir Nova noch dazu Der ist halt schon krass, ne? Machen wir das mal so Richtig geile Kombi gleich dann Hier laufen mehrere Interface-Verbindungen zusammen Ich markiere die, die sie brauchen Sieht aus, als gäbe es bei diesem Interface einen Trick Wir müssen ihn rauskriegen Ja Alle sind hier laufend zusammen, oder was? Hier Sie können das Geschütz hätten, Pathfinder Hallo, mich Er liegt, Konstrukte, das aus großer Distanz Plasma-Projektiv verschießen kann Boah, geil So, alles forschen, forschen, forschen hier Der liegt Kerngerät Ist doch immer dasselbe, ne? Es ist schön, wenn Sie mal nicht versuchen, uns umzubringen So, als Backup, weißt du? Aber Wo ist denn jetzt hier die Nummer 1? Hier Nummer 2, ne? Guck mal Das hier ist Nummer 1 Ich denke mal, dass wir die Nummer 1 in Reihenfolge aktivieren müssen 1, 2 vielleicht Ist nicht richtig Ein paar Rätsel hier reingebaut ins Level Schön 4 ist das hier Und hier 3 wahrscheinlich Wenn das jetzt 1, 2, 3, 4 ist, ist das ja ein Hammer-Rätsel-Freunde Gut erkannt, Ryder, gut erkannt Da haben wir es, da haben wir es Den Kern, oder? Geil, geil, geil Diese Konsole aktiviert das Reinigungsfeld Vielleicht möchten Sie den Bereich durchsuchen Bevor dieser Ort uns umbringt Die nächsten Zahlen Okay Bereit machen zum Rennen Da kommt es Los, los! Oh, es geht los, oder was? Wir sind gerade voll am abkacken hier Oh, es kommt Hilfe Mach auf den Scheiß, Mann! Hä? Hä? Was war das denn jetzt hier? Leertaste Die Tür war jetzt leider zu, Freunde Da konnte ich jetzt überhaupt nichts für Was war da los gerade? Ich weiß es nicht, ey Die Tür ist auf, ja, geil Wenigstens etwas Okay, ja, dann gucken wir uns doch erst mal um Diese Konsole aktiviert das Reinigungsfeld Vielleicht möchten Sie den Bereich durchsuchen Bevor dieser Ort uns umbringt Willst du es an? Hier ist noch eine Konsole Okay Okay Relikt Entschlüsselung nochmal Sieht doch ganz spannend aus, oder? Guck mal, was haben wir denn hier so? Sieht das gut aus? Ja So, den, den Auch nicht Sondern den vielleicht Und dann noch Den hier auch nicht Sondern den auch nicht Sondern den hier vielleicht Ja, hier können wir auch nur zwei nehmen Den oder Den Dreieck hier, ne? Sieht doch schon mal gut aus Hm, 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 hm So Hier In hier geht auch nicht Er hier müsste dann sein, ne? Das hier geht ja sowieso gar nicht Warte mal Hm, 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 hm Das wäre machbar hier, aber dann würde der da oben wegfallen Und diese Rätsel, 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 ne? Sind gar nicht mal so easy. Das hier wäre ganz gut, ne? Ja, genau. Jetzt sind wir wieder hier. Ist die Frage, was kommt hier? Das ist natürlich falsch. Das geht nicht. Wäre das okay, wenn wir den hier nehmen würden? Und als letzte Zuflucht könnten wir dann nochmal... Den E haben wir. Genau, den hier können wir nur machen. Aber wir können ja nicht denselben in Quadranten nehmen. Dann müssen wir eigentlich jetzt diesen Dreier hier haben. Den Dreier können wir verschieben. Da hoch können wir den nicht verschieben. Den könnten wir da höchstens hin machen. Ja, so ist schon richtig. Der Dreier hier muss hin. Der hier nicht, sondern der hier. So, das muss schon mal richtig sein hier. Also der hier kommt weg. Kann also nur der hier sein. Dann passt aber das hier oben auch schon wieder, wenn wir den austauschen. Mit dem hier, ne? So, zack. Dann müssen wir den hier nochmal austauschen. Kann ja nur der hier sein. Diesen Dreier hier, den können wir auch nochmal so austauschen. Äh? Es gibt doch mehr als vier Symbole, ne? Ne, doch nicht. Kann ich mal so einfach gerade hier, ey. Hier kann eigentlich nur noch dann der hin. Ja, der kann da nicht hin wegen der hier. Der könnte da noch hin, aber dann müssten wir den ja wieder austauschen. Boah, ist das schwierig, ey. Können wir auch den hier da hin packen? Dann den, ach, den müssen wir sowieso austauschen. Guck mal, zack. Den dann da hin, so. Geht das jetzt? Ja. Hier geht das auf, hier geht's auf, hier geht's auf. Hier geht's auch schon mal auf. Hier geht's auf, hier geht's auf. Nur hier geht's nicht auf. Den hier müssen wir dann noch da verschieben. Den hier dann, die Ecken hier rein nudeln. So, hier geht's jetzt auch auf, hier geht's jetzt auch auf und hier geht's auch auf. Ja, nice. Nein. Warum denn nicht? Ach man. Wir sind so gut gekämpft. Boah, was ist hier denn los gerade? Hilft nix, da müssen wir nochmal versuchen da, ne? Leider, leider, leider ist mein Sinn für... Rätsel gerade gescheitert, Freunde, gescheitert. Hat sonst alles nicht lumpen, ne? Und wir müssen das sogar machen, oder? Wie geht's los? Und die Persona aktiviert das Reinigungsfeld. Vielleicht möchten sie den Bereich durchsuchen. Bevor dieser Ort uns umbringt, ist es ein... So, da wären wir wieder, Freunde. Und so, jetzt haben wir hier zwei Stück. Dann fangen wir hier einfach mal so locker an. Zack, zack, zack. Haben wir hier so einen Dreier drin. Und wenn wir den da nehmen würden... Genau, hier können wir den gar nicht reinmachen, weil... Das hier sonst wäre... Also das hier ist schon mal komplett richtig. Dann fehlt hier nur noch eins. Und das ist das hier. Wegen dieser Schaltkreisung hier. Dann bleiben hier zwei übrig. Und das ist einmal das hier. Aber das kann man nur hier reinmachen. Und das andere müsste dann hier rein. So, soll das richtig sein soweit? Zack, zack. Hier bleibt auch nur noch einer jetzt übrig. Und das ist, äh... Dieser hier. So, haben wir den Vierer hier schon mal. Und da müssen wir gucken, ne? Das hier müssen wir jetzt irgendwie hinkriegen hier oben. Das und das. Irgendwie so. Das könnte gehen, ne? Könnte gehen, das könnte gehen. So. So, jetzt haben wir hier die Probleme. Den können wir nicht nehmen. Den könnten wir hier nehmen auf jeden Fall. Und dann würde... Das hier passt. Das hier passt. Dann würde hier nur noch eins hinpacken. Und das ist der hier. Geht aber nicht wegen dem hier. Das heißt... Der hier muss da hin. So. Und dann kann nur der hier hin. Siehste. Dann kann ja auch nur noch das da hin. Und ein Allerwürgens hier. Zack, zack, zack. Der da. Welcher kommt jetzt noch hier rein? Der hier. Nee, das geht aber nicht. Der E muss nach unten. Der muss hier. Das geht nicht. Das geht auch nicht. Das ginge... Boah, ist das schwer, Mann. Äh. Das hier geht ja auch nicht wegen da oben zum Beispiel. Sonst, wenn das hier hier hinkommt. Was wäre dann? Wollen wir auch nicht da hinmachen, ne? Scheiße, wie machen wir das jetzt, ey? Ist doch schon alles passend hier. Guck mal. Zack. Das, 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 das. Das, 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 das. Ja, das Ding hier ist echt schwer, Mann. Fuck. So, das da rein. Ja, der E jetzt hier hinten rinnen da. Oder what? So, den Dreier haben wir hier. So, zack, zack. Haben wir hier? Ist das richtig gerade? Oh. Interfacing fehlgeschlagen, Pathfinder. Verteidigungssysteme werden aktiviert. Ja, ja. Kann sich nur um Äonen handeln, Freunde. Nice. Komm schon, komm schon. Komm schon. Wir müssen unbedingt mal die Waffe wechseln, bald, ey. Echt scheiße. Das ist schon natürlich krass, ne? Alle erwischt. Na, Kampfangriffe sind schon heftige, ey. Nochmal jetzt hier. Versuchen wir es noch einmal, komm. Einmal und dann ist wirklich Pech. Aber das hier kann doch gar nicht anders sein. Wir müssen doch hier anfangen, ne? Dann können wir hier nur zwei reinpacken. Den hier. Und den hier zum Beispiel. Aber das geht halt nicht. Weil das muss dann so wieder passen. Also kann das nur so sein hier. Und jetzt haben wir hier wieder nur einen zur Auswahl. Guck mal, zack. Das muss jetzt quasi der hier sein. Hier haben wir jetzt ja auch wieder eine Einschränkung. Der geht nicht. Der geht nicht. Der ginge. Der ginge ja hier nur noch der andere, ne? Der Spezi hier. Hier geht das so nicht. Das wäre hier noch der Einzige, der ginge. Sei nicht. Der E hier. Und der Kollege. Was ist denn hier hin, ne? Zack, zack, zack. Dann würde hier nur noch einer hin passen. Und das ist auch wieder nur er da unten. So, zack. Ah, jetzt ist halt wieder die Frage, was kommt jetzt, ne? Der hier ginge nicht. Der hier auch nicht. Der hier ginge. Wenn wir den hier hacken würden. Den alten Flarenzel. Aber dann geht der hier ja sowieso schon mal gar nicht. Das wäre auch klar. Der auch nicht. Und der Dreier würde hier nicht gehen. Dreier geht nicht. Der geht nicht. Dann geht nur noch der hier, ne? Ja. Das ist scheiße. Was ist, wenn wir den hier wegnehmen? Können wir so machen, ja. So, 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 so. Das ist ja passend alles. Zack, zack, zack. Dann würde ja nur noch das hier kommen und... Kollege hier. Guck mal hier. So, das geht nicht. Der auch nicht. Der auch nicht. Nur der hier geht. Okay. Das wäre aber nice, oder? Guck mal. Müsste das passen jetzt? Yo, geil, Alter. Eingabe akzeptiert. Direkt abspeichern. Haben wir jetzt gekommen? Gar nichts, oder was? Hat das jetzt gebracht? Richtiger Sumpf dahinten, ne? Wir machen die Folge heute ein bisschen länger. Wir wollen natürlich jetzt schauen, was passiert. Bereit machen zum Rennen. Da kommt es. Los, los. Sie sind nicht zufrieden mit uns. So, jetzt machen wir's. Boah, fuck ey. Das geht ja nicht durch. Oh, oh. Boah, der Lauf. Es kommen immer wieder neue. Kampfbereit machen. Mann, die Sache verliert nie ihren Schrecken. Nichts wie raus hier. Heartfinder Rider, hören Sie mich. Unsere Instrumente haben gerade einen Spannungsstoß registriert. Was ist passiert? Das Gewölbe ist wieder aktiv. Wir haben es geschafft. Das ist ein Scherz, oder? Das kann unmöglich. Es ist kein Scherz. Ein Neustart des Gewölbes würde sämtliche Werte erklären. Sie müssen mir alles erzählen. Kommen Sie zurück nach Palaf. Wir haben viel zu besprechen. Erstmal hier raus, lebend, ne? Nice. Das ist die Oberfläche hier. Geil. So, wo müssen wir jetzt hin? Nach Palaf, oder was? Oder sollen wir erstmal diese eine Mission da zurückbringen? Hier hin? Ja, gehen wir erstmal hin. Die Hauptmission. Man kann warten, Freunde. Wißt du, so schnell sind wir wieder draußen hier, ne? War denn jetzt hier das eine? Weiße Armut, oder was? Haben Sie etwas über meine Schwester herausgefunden? Aber ich war nicht deine einzige Schwester. Pala hatte recht. Sie haben alles dokumentiert. Ja, haben wir. Ihre Schwester wurde auf Haval verlegt. Dieses Datenlaufwerk müsste die Einzelheiten enthalten. Danke. Mit dieser Information könnte ich Amara wiedersehen. Aber der Gedanke von hier wegzugehen, macht mir Angst. Das ist mein Zuhause. Wenn ich gehe, breche ich mit meinen Pflichten. Was ist, wenn ich nie mehr zurückkehren kann? Seine Entscheidung. Aber schön gesagt jetzt, ne? Heimat ist nicht ein Ort, sondern eine Person. Ja, richtig menschlich, ey. So, hier oben ist jetzt erstmal nichts mehr. Guck mal, zack ist die Lebensfähigkeit auf 73% angestiegen, ne? Geil. Was geht denn los? Grabende Höhle. Jetzt haben wir aber auch schon fast alles erkundet hier, ey. So, und zurück geht's. Haben wir die Mission auch nochmal abgegeben? Ja. Haben wir fast alles außer ein oder zwei Missionchen, ne? Ist ja jetzt eine kleine Mini-Mission, da würde ich mich auch nicht dran aufhalten, ne? Die geben ja, wenn, dann eh nur Erfahrungspunkte, also nicht. Kann man machen, muss man aber nicht, ne? Man muss nicht alles machen, aber man kann natürlich auch so viel machen, wie man möchte. Oh ja. Ein Alien, das die Relikte benutzt. Es kommt Pathfinder Rider. Sie haben heute etwas Bemerkenswertes geleistet. Sie hatten Erfolg, wo Sorai gescheitert ist. Es muss. Was machen Sie denn hier unten? Ich erneuere alte Bande. Die Unterhaltung mit ihnen hat mir die Augen geöffnet. Ich sah ein Alien, das sich für uns einsetzte, obwohl wir es selbst längst aufgegeben hatten. Wir haben uns zu lange abgeschottet, aber vielleicht können wir ja ein Gleichgewicht finden. Ich denke, wir alle müssen ein Gleichgewicht finden. Oh ja, es ist schön. Tavos, ich hatte nicht damit gerechnet, sie hier zu sehen, aber ich muss sagen, es ist eine angenehme Überraschung. Ich habe in kurzer Zeit vieles gelernt. Die Rokar wollen einfache Lösungen, aber nichts ist jemals einfach oder gewiss. Nicht wahr? Ich wünschte, diejenigen, die getötet wurden, hätten das erkannt. Aber nach allem, was ich gesehen habe, muss ich darauf hoffen, dass sie nicht für immer verloren sind. Diese sonderbare Erinnerungsübertragung... Reinkarnation. Wie auch immer. Ich habe jedenfalls vor, Ressourcen für ihre Erforschung bereitzustellen. Und wer weiß, vielleicht finden wir die Wahrheit ja eines Tages tief unter unserem Aberglauben vergraben. Wer weiß, wer weiß. Das war richtig herzerwärmend. Heute war ein Tag der Heilung. Haval. Die Entzweihung meines Volkes. Und das verdanken wir Ihnen. Wir haben hier in Darpalath genügend Platz. Außerdem werden wir Hilfe brauchen, um den Zustand Havals zu überwachen. Würden Sie Ihren Leuten ausrichten, dass Sie herzlich eingeladen sind? Wir freuen uns über jeden, der uns helfen kann. Natürlich. Das mache ich gern. Dann verabschiede ich mich jetzt. Es gibt so viele Daten zu analysieren. Ist das zu glauben? Zum ersten Mal... Was ist denn das denn jetzt? Zum ersten Mal, ja. Cool. Ja, Liam, Costa. Blablabla. Okay. Jetzt haben wir alles hier, oder was? Ja, ne? Haben wir eigentlich so gut wie alles. Ah, Gil, komm hier, Brody. Ein Pokerspiel machen, ne? Warum nicht? Äh, Thurianische. Genau. Was war denn hiermit eigentlich, ne? Seit ihrer Ankunft in Helios vermisst auf Haval. Eigentlich hier irgendwo sein, ne? Eigentlich hier irgendwo im Umfeld sein, die Arche, oder? Wenn die hier abgestürzen. Hm. Für sich Aufgaben. Das hier Manifeste. Ja, das sind jetzt so Sachen, ne? Kann's halt machen, musst du aber nicht. Und da hat's ja bei den Ex-Landern aber auch noch nicht, ne? Irgendwie Empfänger auf Eos ausstellen. Zum Vorstellen kommen die Relikte. Geräte. Ja. So, machen wir erstmal die Verbündeten Beziehungen. Helios, Aya. Genau, Aya. Da können wir auch bald nochmal zurückgehen irgendwann. Und auf Wöld dann, ne? Treffen wir uns bald. Aber erstmal machen wir... Efra kontaktieren. Ja, das können wir jetzt, glaube ich, schon machen. Aber ich will ja auch noch eigentlich auf den anderen Planeten Welt gehen, ne? Glaube nicht. Biss ja auch nochmal rauf, dann bald. Verbündete und Mission machen wir aber jetzt erstmal. Und zwar würde ich ganz gerne eigentlich die verschollene Eiche finden. Heißt aber nicht, ob wir die jetzt direkt schon so bekommen. Nach Überlebenden oder Trümmern der... Nataunus Ausschau halten. Hier ist auf jeden Fall nix davon zu sehen. Gut, dann gehen wir einfach mal zum, äh... Unserer Kapsel und fliegen jetzt mal zur Tempest. Ich glaube, wir sind hier mit dem Planeten fertig. Bin mir aber nicht ganz sicher. Wir verlassen jetzt Haval. Die Brücke gehört Ihnen, Pathfinder. Ja, war okay, ne? Also... Eos hat mir, glaube ich, ein bisschen besser gefallen, so vom Arc her. Auch für den Storys und den einzelnen Charakteren, aber sonst. Joll hat gesagt, er würde sie gerne sehen. Jetzt wollte ich nur noch mal ganz kurz gucken. Finden wir hier irgendwo die Eiche in dem Umfeld? So. Die müsste doch hier eigentlich sein, oder? Aber hier haben wir jetzt 100%, siehste. Da wird wohl... Dämmerungsstern... Passbar. Hier wird wohl kaum noch was sein. Die Mucke ist ein bisschen wie früher, ne? Aber die ganzen Dinger werde ich auch noch mal off-screen, glaube ich, erkunden hier, ne? Die ganzen Dinger hier. Das meinte ich ja, das ist teilweise zu krass. Welt ist da oben, okay. Und Arya ist hier. Gut. Nice to know. Ja. Super. Aber ich weiß nicht. Also, die Eiche weiß ich nicht. Dann machen wir, glaube ich, echt in der nächsten Folge erstmal... Ein paar Prioritätsmissionen hier, würde ich sagen, oder? Sagmor, PB, Geheim-Project. Mit PB müssten wir eigentlich anfangen. Weil PB war nämlich die erste, die da reingekommen ist. Dann arbeiten wir uns langsam vor hier einfach. Ganz stressfrei. Na cool, ey. Jetzt können wir noch mal ein paar, äh... Loyalitätsmissionen machen, ne? Genau. D ist beenden. Wir wissen natürlich noch nicht, wo wir hier hin müssen, ne? Ja, PB, müssen wir doch jetzt erstmal hier unten eine E-Mail dann empfangen, oder nicht? Innen stehen noch ALP zur Verfügung, Pathfinder. Danke, weiß ich doch. Poker, der Ryder. Ryder, ihre Glocke hat geschlagen. Kommen Sie ins Vortex auf Nexus. Okay, wir machen aber erstmal... Asari-Flüchtlinge, Ryder, Korra. Es gibt Berichte über Asari-Flüchtlinge auf EOS. Sie haben es geschafft. Vielleicht wissen Sie auch etwas über Ihre Arche. Unterhalten wir uns. Ah, geil. Mega. Dank des Relikt-Speichergeräts aus dem EOS-Gewölbe brauche ich nur noch ein spezielles Rail-Tech, PB, um mein Projekt abzuschließen. Mein Scanner hat das Gesuchte auf World geortet. Ich würde mir bei Gelegenheit danach suchen. Von PB, okay. Die Nexus hat die Genehmigung erteilt, einen... Äh? Von Benedict Geffen. Team auf Haval, auch bekannt als Habitat 3, zu stationieren. Ja, warum nicht? Primäre Teammitglieder, Hawkins, Sarah, Cody, sowohl das angarische, angaranische Team als auch das Nexus-Team haben Interesse daran geäußert, dass der Pathfinder Haval erneut besucht, um die kulturübergreifende Bühne zu beobachten. Ja, das machen wir irgendwann mal. Zeit für ein Interview. Ja, die Carrie will nochmal ein Interview haben und, äh, Dr. Aridana. Verzeihen Sie die Störung, ich habe ein Problem, dass Sie und Sam vermutlich ganz einfach lösen können. Ich könnte meinen Forschung zur Geißel helfen. Wir können in den Nexus-Laboren persönlich darüber... Ja, da kommen wir auch irgendwann mal wieder vorbei. Was ist jetzt hier noch los? Boah, was ist hier denn los? Was haben wir denn hier für... Hä? Was haben wir denn hier noch für Dinger, ey? Joker haben wir doch schon geguckt, oder nicht? Hä? Sie sind schuld. Von Gil. Er erinnert sich an einen gewissen Bailey, dem Sie auf der Nexus beginnen. Ich weiß nicht, was Sie ihm gesagt haben, aber er hat mich kontaktiert. Hä? Ich hoffe, es geht Ihnen... Hä, und? Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Unsere Zimmer wird auf der Nexus-Fahrer belebend. Und ich bin sicher, Sie beleben jetzt Ihre Kollegen auf der Tempest. Ich beneide Sie und ich beneide Ihren Pathfinder, aber die Arbeit... Blablabla. Ja, das wissen wir ja. So geht das sechs Seiten lang weiter, bevor er mich fragt, ob ich mal mit ihm was trinken gehen will. Ich fühle mich jetzt richtig belebt. Sie nicht auch? Äh. Das ist sehr unsympathisch. Was... Warum soll das jetzt negativ sein? Ist doch schön, wenn er die Zeit genossen hat mit ihm. Ich kenne dieses Reliktgewölbe immer noch an meiner Panzerung riechen. Ziemlich viel merkwürdiges Zeug da unten. Mein Jäger in der Handbuch würde dazu sagen, die Kante des Rasiermessers zwischen dem Bekannten und dem Unbekannten lehrt dich, was weggeschnitten werden kann. Wenn ich so zurückdenke, erinnert es mich ein wenig an die Tempel auf Tessia. Die gleichen großen Räume und fließenden Wasser. Der gleiche Eindruck eines übergeordneten Zwecks, den man nicht wirklich begreifen kann. Wissen wir auch nicht, was da los ist. Tempest-Hex, was haben wir denn hier? Hallo, blablabla. Hat nicht so die Dings, mir alles durchzulesen. Hier, Pibi, die angepisste. Ihre Ärztin ist vielleicht die neugierigste Asari, die ich je begegnet bin. Und das will wirklich etwas heißen. Sie muss dringend vier oder fünf Gänge runterschalten. Sonst bin ich bald weg hier. Kontaktenknüpfen von Liam. Info. Nach Arya habe ich als erstes versucht herauszufinden, mit wem man sich wirklich unterhalten kann. Denn wie wir alle wissen, sind die, die das sagen, haben oft nicht sehr bodenständig. Jarl hat mir ein paar Tipps gegeben, okay? Kleineren anganischen Kolonien. Ja, Kriegekrisen, aha. Ja, ist so easy, ist so nett. Virtualität von Savi. Bin ich dankbar für unser Gespräch vorhin. Ich musste meine Überzeugung schon so oft verteidigen, dass ich ehrlich gesagt leid bin. Immer, wenn ich jemandem begegne, dem es ebenso geht, oder der mich zumindest versteht, freue ich mich. Ja, so schön. Ich bin es. Amurt. Amurt? Ich schreibe ihnen hier Amaras Zuhause auf der anderen Seite von Haval. Ah, cool. Ich bin von ihren Kindern und Enkelkindern umgeben, die ich nie zuvor gesehen hatte. Dennoch haben sie mich wirklich willkommen geheißen. Oder haben wir doch alles gerade gemacht erst. Drag? Reto hat mir gesagt, was hier mit ihrem Dad passiert ist. Ich habe im Laufe der Jahre viele Leute verloren. Ich dachte mir, sie könnten ein wenig Aufmunterung gebrauchen. Oder wenigstens Ablenkung. Mir hilft das hier meistens. Geil. Von Lexi, ausgewogene Ernährung. Ah, guck mal hier. Hallo Ryder. Im Rahmen meiner Aufgabe für das körperliche und geistige Wohl der Crew zu sorgen. Ein paar Tipps für ausgewogene Ernährung. Kohlenhydrate. Ach du. Yoga Potions. Von Lexi. Hallo Ryder. Angesichts der Kreislaufbelastung. Sportprogramm. Fünf bis zehn Minuten Dehnen täglich. Ach ne. Jetzt gerade nicht. Kommunikation von Jarl. Fastfinder Ryder von der menschlichen Initiative. Efra, der Anführer unseres Widerstands, hat mich privat kontaktiert. Er ist extrem beeindruckt, dass wir unseren Wissenschaftlern auf Harval helfen konnten. Das ist wichtig. Und ich habe ihnen wissen lassen, dass sie eine zentrale Rolle dabei gespielt haben. Vielleicht hat er ihnen all das schon gesagt, aber wie ich Efra kenne, hat er das wahrscheinlich nicht. Was mich angeht, habe ich viel über Vertrauen gelernt, diesem Team anzugehören, um mich dafür zu öffnen, ihnen und den anderen zu vertrauen. Ich habe gelernt, dass Vertrauen eher ein Gefühl ist als eine Wissenschaft und es scheint eine universelle Wahrheit zu sein. Universell, verstehen Sie? Ich versuche, ich werde versuchen in Zukunft noch mehr zu vertrauen. Neuigkeiten von EOS, August Bradley, Passwander. Ich könnte ihre Hilfe bei einer Sache brauchen. Krass, wie viele Missionen es hier gibt. Ehrlich gesagt nicht ganz, aber lasse ich sie selbst erklären. Wie viele Missionen es hier einfach gibt. Liam. Vorbeikommen. Ja, das machen wir. Datenkerne. Ja, es ist okay, dass sie es behält. Das ist kein Problem. Alter Falter, Mann. Hier ist ja was los, ey. So, machen wir jetzt aber Peebies-Missionen erstmal, ne? Eins nach dem anderen. Eins nach dem anderen. So, Hayal. Gibt es auch noch eine Mission. Der kulturelle Allianz. In der Wahl aus kontaktieren. Ja, da müssen wir auch nochmal dann machen. Irgendwann. Die Feuerwehr. Aber gut, dass das hier auch einigermaßen sortiert ist. Weil sonst wird man überhaupt keinen Durchblick mehr haben. Alter, wie viele Missionen haben wir denn jetzt? Das ist ja nur die Hauptmission. Aber guck mal hier. Helios haben wir tausende. Zusätzlich haben wir noch tausende. Da weiß man ja gar nicht, wo man anfangen soll. Aber das Gute ist, es wird nicht langweilig. Und ich verabschiede mich an dieser Stelle von der Nexus. Und wir sehen uns bald wieder, Freunde. Wenn das heißt, Mass Effect Andromeda. Bleibt einmal dran. Geil, geil, geil. Geil, geil. Geil, geil. Geil, geil. Geil, geil. Geil, geil. Geil, geil.